Willkommen bei uns im nächsten Video, heute gibt es mal wieder eine Runde Bad Wars auf Rustic und wie ich es gerade feststelle, ich bin ja alleine im Team, was ist ein Zufall, warum soll ich denn nochmal Glück haben und meinen Teammate haben, ha ha ha. Ich sehe ja schon, die Runde ist schon zum Scheitern verurteilt, bevor sie angefangen hat, richtig, und das ist mal wieder typisch, ne, ich mein, mein Glück, ne. Na gut, ich habe auch wieder die blödste Uhr seit dem Aufnehmen ausgesucht, ich mein, so, ha ha, knapp 23 Uhr spielt ja auch nicht mehr so viel Klientel von der Menschheit her auf Gomme, deswegen nicht wundern. Naja, mal gucken, vielleicht kann man ja noch etwas oder jemanden reißen, weil, ich mein, was haben die anderen schon, die haben einfach eine Person mehr, ich mein, halt, oh, einen Menschen mehr und da, die sich eh gerade in der Mitte munter selber zerlegen, oh. Vielleicht können wir uns da echt einfach vorbeischleichen, weil, ich mein, wenn man mit anderen Personen beschäftigt ist, dann passt man nicht mehr auf den Grünen auf, man, ich mein, ne, der eine Grüne, ne. Ist ja wie im Bollister, ne. Die Grünen sind da, aber keiner beachtet sich. Okay, genug Grünen bashing und ja, wie wir sehen, die Ersten machen jetzt auch schon gegenseitig da Stress und zerlegen sich, das heißt, wir könnten da eigentlich durchaus mitmischen, so, okay, wir sind schon das erste Team, was toll ist, das ist schon mal ein guter Schnitt, ja. Kann man mit leben? Also, wir sind nicht das erste Team, was gestorben ist, das ist echt ganz gut, ne, weil, wenn man alleine ein Team ist, kann man mit leben, ne. Wohin ist es nur, sobald die anderen Teams Gold haben, sehe ich alt aus. Mein Team Rot, mein Team Gelb. Nein. Ja, renn ruhig weg, renn ruhig weg. Digi, renn weg. Oh, mit dem Gold geht die auf riskanten Kampfmove. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist immer so blöd, das ist. Ja, genau, jetzt kommt noch das... Gelbe. Nein, geh weg. Ich will das Bett. Und ich krieg das Bett, Dürr. Ja, jetzt kommt, den Rot, den Rot, den Roten, den Roten. Ja, jetzt kommt das Wann auch noch. Lol, ich hab auch noch einen bekommen. Nice, sehr gut. Ja, ihr habt die Rot verdichtet. Ja, geil. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir uns beeilen, wenn wir uns schnell Gold holen. Oder uns beeilen. Eins und beiden. Nein, scheißegal, was wir machen. Unser Bett ist eh weg, weil alleine kommen wir nicht gegen die beiden an. Das ist eigentlich so klar wie Kloßbrühe. Okay, der ist ein bisschen dämlich. Ja, ist klar, ist klar. Was zur Hölle? Als ob der mich berührt hat. Der hat mich noch nie mal berührt. Okay, wir müssen jetzt einen richtig fiesen Fluchtplan hinlegen. Richtig fiese Sache müssen wir uns machen. Okay. Fiese Sache wird nix. Doch. Ja, komm. Wie low war das denn? Ach komm. Warum muss ich, wenn ich halt, ich bin auch mit solchen Rush-Hands spielen. Immer diese Rush-Hands. Äh. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber ein Bad, ein Kill. Ich meine, kann man mit leben, ne? Ich meine, war eine Person im Team. Also sich selbst, so wie wenn man keine Freunde hat. Ja. Kann man mit leben. Denn, eigentlich wollte ich Henrik fragen, aber... Sehr gute Antwort ist immer wieder nicht auf WhatsApp. Und sozusagen muss man halt alleine aufnehmen. Pardon. Zweimal vier, äh... Ja, komm. Wenn's schnell gehen muss, ne? Machen wir zweimal vier. Ja, ich hasse eigentlich zweimal vier, aber... Na, eigentlich, was ich so sagen. Ich hasse das eigentlich. Warum mach ich das? Egal. Schuss-Verfahren. Aber man kann's einfach machen. So. Vielleicht dann auch mal einem größeren Team jetzt. Ich weiß es ja nicht. Jetzt müssen wir mal wieder hier 40 Sekunden warten. Oh, shit. Und man merkt, ich hab sehr gute Laune. Denn, oh Wunder, ich nehme gerade nach dem Stream auf. Von Montag. Und, ja, das Streamen wird mich immer gut gelaunt. Deswegen nicht gewundert, warum ich so, ne? So überschwinglich hier klinge. Und selbst auf einer scheiß 2 gegen 2 gegen 2 gegen 1 Runde. Mit, äh, ja, deutlichem Fail-Potenzial. Und ich freue, also, ne? Ich wundern. Naja, mal gucken. So, ich hoffe, ich hab diese Woche auch eine Mod-Verstellung wieder da. Letzte Woche kam mir ja nicht, weil ich krank war. Und, ja, diese Woche kommt dann eine. Vielleicht kommen wir auch zwei, wer weiß. Hm. War ja noch eine Idee, ne? Das war eine Entschädigung für letzte Woche. Mal gucken. So, jetzt bin ich echt gekickt, denn von meinem Glück her. Nein, tatsächlich. Was ist das für eine Karte? Da ist nichts außer der Sonne. Oh, nein. Und was ist das für eine Insel? Oh, Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh, Gott, Gott. Oh, Gott. Was ist das für eine Insel? Wer baut bei Gormel mal die Insel? Oh, haha. Wie gut, dass ich auf meinem Server selbst was zu sagen hab. Apropos Server. Kommt demnächst. Ich bin da dran. Ich hoffe, ich werde das auch noch in den nächsten Tagen fertig kriegen. Dass wir dann mal die Close-Betner machen können, ne? Oh, hier gibt's Gold. Das freut mich. Immerhin eine gute Nachricht. Und, äh, wo rein? Warum? Einfach geradeaus nicht in die Mitte rein. Ist doch eh nix da. Fall halt runter. Wer muss schon fast bridgen? Wir haben noch Zeit. Wir sind gemütliche Menschen. Wir machen hier einen Block nach dem anderen. Bis wir jetzt keinen mehr haben. Und, oh. Es gibt gar keine Mittelinsel. Ich hätte gesagt, keine Mitte. Aber, gut. Bunge. Baum wird flach. Flach. Junge. Rett mal Hochdeutsch. Hochdeutsch. Höchste. Ja, ich weiß. Das Deutsch. Hab ich schön falsch geschrieben. Man muss den Leuten ja mal aufzeigen. Wie bescheuert die sich anhören. Ich war gerade zu froh, Backspace zu benutzen. Aber, das tut ja immer nichts zur Sache. Wie faul ich hier bin, einen Backspace zu benutzen. Alles klar. Schau mal. War doch gar nicht so schwer. Schau mal. War doch gar nicht so schwer. War doch gar nicht so schwer. Ach Gott. Das ist so ein richtig schlimmes Niveau, was ich hier an den Tag lege. Aber, egal. Ich hab Spaß dran. Und, solange ich hier Spaß dran habe, läuft der Laden. So. Der Brauer immer Kettenbrot. So. Hier, um Rüstung. Rüstung. Kennst du? Kennst du so anziehen? Rüstung, so anziehen. Und Essen. Essen ist immer gut. Was würde ich ohne Essen machen? Ohne Pizza. Und damit wäre die Welt ganz schlimm. So. Jetzt gehen wir uns an eine schicke Eisenspitzhacke. Ob das unser Gold verschwendet ist. Und merken, dass der Rote von der Ausdür steht. Tag. Nein. Oh, just a principle. Don't do this. Don't do this. Don't do this at home. This is dangerous. It's highly dangerous. And we have to deal with it. Ja, ist klar. Ist klar. Ich glaube, ich kann besser Deutsch sprechen als du. Ja. Sprechen vielleicht. Schnuschel mal aufnehmen. Ist das schwer. Aber schreiben sicherlich nicht. Und jetzt habe ich den Mate gekillt. Aber das juckt mich gerade gar nicht. Doch. Ah, nee, doch nicht. Juckt mich doch nicht. Ich kratze mich nur so ein bisschen am Po. Aber, nee. Juckt mich nicht. Oh, ich habe echt heute einen Humor drauf. Was tut da schon richtig weh am Zuhören? Ja. Weißt du, was ihr könnt? Das kann ich schon lange. Okay. Vielleicht doch nicht. Da kommt einer. Ja, klar. Von hinten. Von hinten. Warum immer von hinten hier, ne? Digga. Will er mich flicken? Oh nein, Alter. Was ist heute mit mir los? Ich bin so unlustig. Aber egal. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ich weiß nicht. Ich schaffe noch eine Runde. Oh, wenn das noch so eine Fail-Runde wird. Komm, hängen wir hinten dran, ne? Komm, mal Zeit. Komm, mal Zeit hier, ne? Jubiläum. Hört sich schon blöd an. Nein, machen wir nicht. Ähm, noch so eine hässliche Karte. Ich hasse diese kleinen Karten noch, ne? Weil die immer so, äh, äh. So richtig eklig sind. Aber, naja. Ähm, ja, gut. Wenn man sie mal haben will, dann sind sie nicht da. Sonst schwemmt Gomm ein mit diesen Karten. Wenn man sie einmal braucht, ne? Einmal haben will. Nichts da. Jetzt war nichts da. Jetzt war nichts. Kein Mensch da. Ja, komm, hast gewonnen. Jubiläum. Ho, ho, ho. Lustig. Und das Henry hat immer noch nicht geantwortet. Nö, nur Google. Schade. Hätte ja auch mein Ding sein können, aber dann halt nicht. Wird der Junge halt nicht famen. Sein Problem. Spaß. So. So, 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 so. Ja, ja, ja. Mach mal jetzt hier, ja. Ja, ja, was tun wir jetzt hier? Oh, gar nichts. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Okay, okay, ja, ja. Passiert nichts, ja. Dann sind sie einfach schon viertel vor elf. Einen Montag. Geil. Praktisch, ne? Aber wie gut ich morgen so spät Schule habe, dann kann ich hier schön lange aufnehmen. Die ganzen Videos für die Woche. Letzlichen Glückwunsch. Gucken wir mal, die Punkte nennen. Aha. Lustig. Selten so gelacht. Haha. Lustig, lustig. Hier sind Köpfe. Achso. Salubileum. Ha. Felsboom. Hab ich vergessen. Wo ist Käpt'n Dorftrottel? Da. Jetzt aus Interesse. Wo ist das Bett? Hier nicht. Ach, da vorne ist das Bett. Gibt es hier was auf dem Dach zu finden? Einfach so aus Prinzip. Nein. Sieht nicht so aus. Hier ist nichts. Doch. Gar nichts. Ah, doch. Nein. Überhaupt nichts. Nein. Ja gut, wenn da nichts ist, dann möchte da auch nichts gefunden werden. Dann brauche ich da auch nicht hingehen. Und dieser AFK-Mate hier. Es gibt nichts geileres als einen frisch gepflückten AFK-Mate. Frisch vom Baum. Und das mit ein bisschen Öl anbraten. Boah, ganz lecker. Und alter, dieser Humor, ne? So was kann man nicht mehr lachen, ne? Ist doch schon zum Trauer. Ist schon zum Weinen, ne? Genau. Ist schon zum Trauer. Ist schon zum Trauer werden, ne? Und Fast Vision. Ha, wer braucht denn sowas? Der da. Warum baut man eigentlich hoch, ne? Gerade der gerade Weg wird doppelt so schnell gehen, ne? Weil es ist einfach gerade und kein... Ja, ich habe gerade den mathematischen Begriff für dieses Ding hier vergessen. Keine lineare Steigung, keine Ahnung. Kann man nennen, wie man will. Kommt nur dasselbe raus. Ein Strich. Ja, komm doch her. Komm. Wenn er sich da hochbaut. Okay, das ist nicht doof. Okay, doch doof. Nein. Ohne Witz. Ich hätte es einfach kaputt machen können, das Bett. Ich hätte mich nicht auffalten können. Und was ist das Problem? Ich hab mir mal bis jetzt. Ja, genial hier. So läuft das, so läuft das hier, ne? Richtig krasse Skills hier, ne? Natürlich kommen sie jetzt alle wieder. Weil jetzt ist ja die Basis leer. Weil ich war ja schon da, ne? Gibt ja nichts mehr zu verlieren. Haben ja schon gemerkt, dass sie scheiße spielen. Deswegen kommen sie jetzt zu mir. Ähm, okay. Ja, gut. Scheiße gelaufen und so. Das ist jetzt ein bisschen blöd gewesen. Boah. Dann würde ich mal sagen, jetzt, ne? Ein bisschen Kamikaze-Angriff, ne? Wir gucken mal, ob wir ihn finden, ne? Und da oben kommt noch einer. Das ist auch ganz blöd. Aber, na, machst du nix, ne? So, der ist doch ja auch tot, ne? Da oben. Oh, das ist halt eine blöde Situation gerade. Wieder so ein Last-Man-Standing hier. Hab ich jetzt persönlich gar keinen Bock drauf. Aber man muss durch, ne? Lukas würde sagen, wie Frankreich musste durch. Aber aus Prinzip nö. Und da der Digi da jetzt meint, er müsste sich da hochbauen. Kriegt er Plattform vor die Fresse. Ja, gut. Nein. Oh, komm. Was haben diese Leute immer für ein Glück? Was haben die für ein Glück? Oh, du willst. Ich bin vor dir in ihrem Bett gelandet. Mit einem halben Herz bin ich gestorben. Haben Sie geklappt? Gerade, er hat mir schon die letzte Kante durchgehittet, ne? Ich bin gestorben, ne? Was haben die immer für ein Glück? Naja, egal. Ich hoffe, euch hat diese total, naja, Spaß-Folge mal gefallen. So, so ein bisschen, ne? So von wegen so, ne? Aber ich hoffe, dass es euch gefallen. Deswegen gerne Like nachlassen. Ist euch gefallen, ne? Und sonst halt nicht, ne? Ist eure Entscheidung, ob was tun wird, ne? Ich meine, ich gucke euch ganz lieb in die Augen, ne? Toi. Weil wir sagen, das war's von heute. Wie wir uns dann morgen wieder. Bis dahin. Hau da rein. Ciao. Ciao. Ciao.